wer oder was sie sind denn und es kommt so durcheinander wenn du sagst der eine heißt chance an das ist andreas und dann weiß doch nicht was gemeint ist wenn so den namen der tiere halt sagt das ist so wie wenn du den dinosaurus rex sagst das heißt auch was gemeint ist wenn der andere sagt ja eben wie geht es mal in meinem alfalfa ja was ist das ja das rex ja das sagt doch so so in dem sinne wer ist denn noch boss hier den hammer schon ja diese fetten typen bei euch nicht so sie sind king packerei sie hat ob sie ab irgendwas kann der gut ist zweimal schild nehmen das wäre doch geil zweimal schilder nehmen aber wollte auch strong für reiten fliegen reiten man wollte man auch wenn er nicht so viel kann du kannst ein tier draußen haben dass die aktiv so hilft wenn du gewisse routen hast dann kannst du sogar einstellen oder dass mehrere draußen sind hatte ich bis jetzt gehabt fünf vier draußen aber die sind um mich herum geschwebt und es hat mich so was von angepisst möchtest du kürzlich hinlegen wegen irgendwie dark schon mal wie cool die aussieht hier der muss auch das kennt ja jeder ja ja genau genau die idiotosaurus auch gelandt na klar so nein der bei einem gestorben ist der dave osaurus ne der mann geschwürt eine schau mal das ist der dave mann geschwür wir müssen austauschen einfach so einfach anderen ich glaube die sind alle beschädigt die hier der hat noch einen beruf der ist depressiv der ist überfressen ja dann tauschen aus sagt jemand anderen der hat keine probleme oder dessen das neu und die tiere schon als schon edel aus so ich glaube mir fehlt der letzte noch im team hier habe ich den wolf gut ich habe quer denn ich weiß gar nicht wer das ist noch mal wir waren dieser quer denn hier oha was das den haben das war der andere boss joo stimmt stimmt ja muss ja ich habe nur bosse genommen heftig man entscheid mal was für nun nicht noch da bauen kann hast du für habe ich glaube für chillet habe ich kein kein nutze ich selbst kann es sein hast du dir selber gebaut und sein box melpacker ja die haben auch maschinenpistole hier siehst du ja maschinenpistole dann sturmgewehr der tanz ist hier da hast du da tanzi 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 tz ich habe den nicht muss den skillen technologie oder so ich schaue noch was ich noch habe kalemar die handschuhe das ist das mit dem uns fehlen die paradienbruchstücke habe ich ihn auch gegeben schon eine menge müsste müsste man glaube ich nur holen weil sie da gekurbelt haben haben sie nicht 22 an sich gebrochen von sattel technologie ansonsten halt wie immer holz sachen stein sachen stahl sachen dann da kommt zement ist halt wie immer und du hast die tiere als hilfe das ist lustig hier auf dem zu reiten surften sattel bräuchten wir auch habe ich auch schon gelernt ach so habe ich jetzt auch okay produktion beginnen feuerheizung heizeinlage schützt vor kälte warum das keine ahnung was nicht wie und so bis jetzt warst du nicht kalt ist ja kein gebäude was in die pappt oder so heute nacht war kalt aber halt nur draußen warum man so denkt es ist ganz günstig feuerheizung richtig übersichtlich alles gestaltet ist echt gut man wird nicht erschlagen von vielen sachen das ist echt gut gemacht motivierende stimmen für den typen ermöglicht dass das bei aktivierung der partnerfähigkeit sich schnell zu drehen und steine effizienter zu zertrümmern hast du dann farmst du aktiv mit dem die gehen halt für dich fahren also was wird immer wollten erzfarben die dinge und so weiter erschlagen main so nfl geht weiter ja dann viel spaß und viel glück und daumen drück und schi zu reiten ich kann ein schießpulver hier bauen und muskete und so was ja ok minderwertige munition ist das jetzt ist keine duschlampe ist eine stehschlampe hier krass zement 8 petra sphäre braucht zement die neue wie bauen wir den zement ich habe es zu freunden schon mal gelesen noch ein knochen blablabla aber in was ohne pistole geil jetzt habe ich hier schüttelt habe ich mehr solche dinge noch gelernt mal schauen gut das ist ein extra reiter ist diese diese gegenstände mit satteln das ist nicht direkt im inventar ist ist ja bei arg mittlerweile auch so alles extra hat sich aber ganz schön gemacht kekse geht es ist nicht nur dieses 08 15 gedönse es ist schon viel verneuert und verändert worden das baum ist verändert worden du kannst dach noch so schön schräg man es nervt besser es ist nicht dass jede wand es hundertmal gibt das eine man die kann zu verändern das war bei der mord auch so ähnlich es ist automatisch es ist hat au e wasser gibt es au e strom so wie bei der mord ja und ich habe mir so videos angeschaut 23 wo sie die unterschiede erklärt zwischen den alten und neuen ist schon gut quality of life schon gut optimiert muss man sagen habe ich auch nicht gewusst ich dachte es einfach stumpf 1 zu 1 ob es echt geil nur ich hasse die island kann das gespielen ich drehe durch bei der map vieles alles aufeinander geschüssen wenn man schon im echten aber kam er schon nach einem monat lang nicht lang genug weil halla gespielt und dann noch alle anderen sattel habe ich passt es fehlt immer diese partie im flugstück ich habe doch 200.000 in auftrag gegeben sie sollen doch wollen das spritzen und drehen macht keiner nur sechs stück aber der ist dafür halt laut dem ding macht ja eine dass der captain da laut dem ding ist er damit beauftragt er kommt jetzt oder jetzt kommt okay es hat das 100 prozentige das teil ja aber die gelben war doch 26 war aus das müsste man echt sagen können hier du bleibst nur da wir haben gar keine kühlung mehr fällt mir auch weil wir beide den schild aber ich habe noch entschieden noch im zweiten ich habe zwei von denen den schild ist sowieso im lager ich bin ja nur nie beim kühlen irgendwie stehen sich diese ganz großen hier weg dieser große macht auch wilde sachen der kloppt der steine der wolf der macht der kann der kann nur anpflanzen ach so da kann feuer oder kann transportieren drei der war und der fette drache auch drei aber der konnte nirgends wohin 64 diese eier sind ausgebrütet das andere dauert noch eine stunde das knisternde düsterne dschung bei kann es eine öffnen hier wenn ich im feuer stehe ungewollt hat das licht der welt erblickt ist doch dieses ist es nicht ist das nicht das pferd ungewollt ist das nicht das pferd strompferd du kannst mir nicht sagen dass dem ei immer noch kalt ist das ist genau so schall strompferd wusste ich doch du musst das irgendwie damit lass es doch mal oben ausblüten oder da haben wir mehr platz oben ist ja nichts das meinste wollen wir nicht zu oben hin verlagern alles wieso ist denn schon so ein stein ding ich kann mich gesehen ach so du kannst du bist hier expandieren oder hier ist aber schon endlich wie kannst du hin bauen vielleicht tun die tiere es nicht mehr machen was hier ist und wieso erweitert sich der bereich nicht mehr level dieses dieser box ok was mich hat ich kann mir ganz schnell mal setzen schau du bist da ihr weil der stein hier soll er macht es ja einfach so doof oder so ein bisschen ja das ist ja da ist nicht so schlimm dann ist es halt so ist ein fernseher nie dass das leute längsten fernseher weil der wasserfall da ist mache so eine wahnsinnig aus einer kleinen kamin nach oben kann man auch offen lassen war nicht egal der stein ist geil wir stein haben wir halt wirklich kaum das haben wir ja wirklich nicht was halten ja du musst du kannst nicht jetzt das ersetzen mit stein ja ja das ist bei vielen games leider so mehr muss abbauen wieder hinstellen wirklich abreißen ja ja das ist das ist das ist und hast du noch in der tasche direkt ja klar immerhin hast du die materialien also das ist schon mal ganz gut aber das drachenei über eine verarschen wenn es ein richtiges dracheneis oder was glaubst du dass das muss das muss eine hitze laber haben haben hattest du hier nicht irgendwie so ein feufel ding was du dann bauen konntest und feuer bauwerk feuer heizung heizten lagern schutz verkälte so habe ich noch nicht gemacht habe ich nur gelernt ich habe auch springen und gelernt ich konnte irgendwas nicht bauen springen kann ich nicht bauen wegen metall und warte wo ist unter welchem ding ist das lagerfeuer fütterdruck kochtopf feuer heizung kann ich bauen ja war ich wieder hoch es zählt hier fürs ganze lager wieder das ist halt einfach so eine scheiß tonne wie man auf der straße findet aber ich finde die eier kleiner sind bilden wird mit der mit der dauer oder na ja was die hat sich auf die knie und ein fuß hoch und baut es ja zu mir fällt mir mit es dauert jetzt ewig läuft es gut sei nein etwas kühl ein gerät das wärme verströmt und ein lager heißt das heißt die heizleistung ist nicht sehr hoch aber ausreichend wenn es nicht allzu kalt ist muss von einem feuerball angefacht werden nötig feuer zeugung die erfahrung haben ja ja wir haben aber zwei draußen und der andere macht oder zu acht soll ich hier kann ich immer mit teilnehmen was ich brauche ein wir haben zwar diese zwei sich ja gerade aktiv oder ist es wieder dunkel die sind ach die können auch das scheiß holz klopfen wieder läuft es gerade rein hier läuft essen kann das beim essen hier nicht hoch geben jetzt aber stopp hallo jetzt kommt mein scheiß vogel leider hallo ich will ja absteigen ich kann nicht absteigen ganz ich kann während der hier macht nicht hin hoch geben doch habe ich hat auch aufgehört metall zu machen gerade wo ist diesen typ rang 2 auf das team das schmeißt beweisung zur wandfackel erfolgreich wieso wandfackel hallo stopp oh man mein vogel wie mich da aufregt und ich f drücke die ganze zeit kommt ja dann kann ich nicht mehr runter wenn ich aus dem lager rausgehe ich muss ihn ja raustun weg tun ich versuche jetzt meinen fuchs hier wohin läuft der fuchs der läuft ich glaube der läuft direkt hoch ja ich habe ihn gespawnt der läuft direkt hoch aber der läuft glaube ich zu dir was bauen irgendwas oder feuer gemacht hat hier ich weiß nicht verstehe es nicht gerade der ist irgendwie hingelaufen richtung anderes gebäude wo du gerade baust hat kurz gespuckt und dann ist er wieder weg wo ist jetzt das ein bist du weg bist du weg getan da ist das ja so geht es ja auch musste man ja war einfach auch so machen äh ich weiß nicht wie das nicht ich weiß nicht ob diese tonne da angezündetes oben kann sein dass er kurz hin und sind ja angepustet hat gebrannt hat sich ja eh schon die ganze zeit optisch es kann auch sein dass diese dass diese art von temperatur nicht hilft dass das einfach zu schwach ist du brauchst die höllen blut reicht nicht also du brauchst die höllen blut irgendwie okay weißt du das ist einfach nicht genug verstehen sie so nur 33 für diesen komischen blutstück schwach 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 so habe ich genau den wollte ich kann das herstellen ich kann schiffen gehen geil ja ein bisschen verrückt hier sage ich dir und ich glaube generell bei den tieren und sowas kommen noch viele fixes so gut fein ding oder bestimmungen wo etwas hinkommt oder so das sieht ja schon gut aus aber das wird noch bestimmt besser ich bin mal kurz klo und ich lasse mich hier herstellen wenn es da ist denn noch mal aufstehen um mich zu den pfeilen stellen oder so ich gucke jetzt im internet nach wie man dieses scheiß ja vorher das vier haben will und das sind alles so bastarde ihre gottverdammten hedging times auf instant gestellt haben die stellen sich da hin und drücken den knopfen haben das wie ich nach ach so ja das so dass ich mich so teilen wie das erste große drachenei jemals und blablabla blablabla ja immer noch über immer nur klick dinge ja das ist darauf wird der klick das habe ich auch immer auf über diese ganzen geist funktioniert ja alles nicht gut ist du hast dir herausgeholt wie es nicht geht ok also wir müssen ja immer über settings after you put your huge dragon egg into the incubator it's only a matter of time like all huge variant eggs es ist 2x 2 hours to hatch in normal difficulty mode was zum fix ist unser difficulty mode norme ganz normal ich habe ich habe eine andere verständnis von zwei stunden wir müssen darüber reden bei eine schere soll ich jetzt echt das ding mit einem messer aufschneiden ich bin tot oh mein gott dann kommen sie ja zu mir nicht jeder und macht macht feiler und hat f gedrückt die schießt mich schon an was kurz aus dem haus du kannst dich ja eh wiederbeleben so oh mein gott ich habe mein ganzes team ja nicht mehr hier vier zum befehl haben muss wir müssen wir müssen leuten wir müssen alle sie tun nichts wird ja noch mal leuten dass du andere leute es war es war es richtige scheiße es riecht es war es richtige und du noch mal leute es dann ist es also das abbruch dann machen sie nichts mehr ich konnte hier ich wollte herunter springen was macht sie sie tut sich am an den wänden festhalten wir müssen noch mal dass sie alle angreifen hier jetzt hat es vielleicht noch mal jetzt das eindringen jetzt zurück schlagen und die taste 4 angriff zum befehl wo sind denn alle alle tot oder was laufen zurück keine ahnung unsere viecher sind auch alle im arsch du hast halt gerade gesagt wir sollen nicht angreifen ich bin schon als toter quasi an der klingel gestern gegangen ja die angriffe werden immer stärker dass das ist schon das schon nicht ohne kampf unfähig okay wir haben ja auch kisten und sonst kaputt gemacht ja auf jeden fall habe ich aus irgendeinem grund jetzt 1700 weizen auf tasche und sich bewegen milch und nehmen mit 1700 weizen natürlich nicht ja ich habe auch so auslager ich bin mal eben darf kapinkeln und da hat sie geklingelt ja ich hab das die ganzen bären der futterdruck ist nicht mehr da hatte ich baue so ein ja ich bin mal eben hier trinken und bringen sonst noch was wir uns wein runter ja wo könnte man jetzt dann woanders entstanden ganz krass ganz krass hier habe ich hier scheren auch unter dinge 2 zu wild ich tue auch gleich mit dem vorum schalte ich muss nur noch mal kurz afk hier so wir werden bin ich los ich habe gemütlich seile bauen 412 habe ich jetzt ich tue mal ein paar abgeben dann die hälfte zack werden wieder rein ja die angriffe werden werden heftige die angriffe werden heftige oder wild 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 was haben sie noch kaputt gemacht hier war war hier irgendwas nee hier muss immer einer das ding machen okay sind erletzten dieser nicht kann wir alle setzen im endeffekt durch die gleichen den hier zack ersetzen den hier überfressen depressiv darüber fressen der wird der wird sich erholen die kuh kann ich leider nicht ersetzen die dame kann ich ersetzen hier die dame ist wo hier zack das reitvieh kann ich auch ersetzen nur die kuh geht gerade nicht die kommt dann nachher wieder nicht so erst so als hier ne okay ich mach trotzdem mal hier das da der boss hier ist hier genau gut ich will wieder so eine fix wieder haben hier zumindest eine draußen haben sagt ok passt sind alle so weit ersetzt und trotzdem ja noch mal hier kurz schauen wegen dem geschirr ich habe jetzt 11 dran habe ich chillet war einer wirm king packer den wolf und nightwing ich habe ja noch welche gelernt zum herstellen chillet war eine wirm braucht jede brauche ich leder leder haben wir noch gar nicht die noch zum ok geht kann ich auch erstellen lassen oder nicht muten aber so dann bin ich noch mal kurz auf k einfach stelle verloren nie wieder scherde haben einfach nie wieder scherde haben wir wo ist denn scherde ich weiß nicht schwere die sporn bei mir immer klein ich weiß auch nicht warum ich glaube ich hab bestimmt drei vier fünf vielleicht die sporn immer muss ich echt mit messer aufschneiden keine scherde oder ja ok wenn du mich schreit hast habe ich mich geschnitten muss ja mit messer aufschneiden ist halt nicht geiler was soll ich machen hab nichts anders wenn man plastik mit mit plastik packum mit scherde aufschneiden weißt du einfach gescheuert justin justin so ich nehme hier eine gabel genau hier geht das nicht mehr zu zu viel herum gewertet ja das tier management wird jetzt immer wilder das tier management wird immer wilder dass man irgendwie so ein bisschen also ich zumindest tue so ein bisschen die übersicht verlieren und wenn ich dann mal kurz was anders mache oder irgendwas dazwischen kommt vergesse ich wieder was war so ich wollte eigentlich so eine frische schöne spezielle ich habe nur welche die angefangen sind und angefangen sind die müll die schmecken wie müll weißt du sowas alexa timer eine stunde eine stunde ab jetzt deswegen wo ich mir jetzt schön frische ins gefrierfach lass ich schön kühl werden und nach einer stunde kann ich zuzeln kann ich die trinken dann kann man das genießen hast du warme spitze justin justin ich hasse warme spitze oder irgendwelche blöden die nur noch zwei schluck drin haben und dann die trinken ist so digi ist so ich habe keine mini mozarelles mehr ich habe mir so eine große selbst geschnitten in kleineren stücken so okay so ich schalte um dann kann ich hier ausmachen so jetzt müsste wieder das richtige sein gut 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 okay so hab ich oh natürlich Keksi du musst kommen du stirbst sonst du verlierst schaden wegen nichts essen äh ne kälte ja am besten laufen ich bin jetzt eben auch wieder gekommen ich musste in eine scheiß plastik verpackung mit einem scherbe mit einem messer schneiden weil ich keine scherbe gefunden habe beim besten will meine shandys bis bohren immer so unangenehm ist das zu schneiden mit der kacke ne ähm leder haben wir nicht doch leder ist es jetzt gut hier etwas kühl ne also äh du kannst wenn du das spiel normal statt kannst du aussuchen gleich medium hard schwer oder so ein scheiß beim server steht als standard ding heute aber natürlich ob er nach dem neustritt ist alles wieder weg na warte endwort pad plus plus ja ja das ist jetzt so 50 prozent richtig zwei tage sonst einen tag wie die anderen oder ich weiß nicht was für hitze man da braucht ja ich weiß halt auch nicht bei den lagerfeuern steht da jetzt hinten überall bei benötigt feuererzeugung benötigen sie nur feuererzeugung um angezündet zu werden oder muss da so ein fritze beistehen und es anfeuern steht hier bei mir nicht doch hier ja doch da oben genau wie bei der tonne ich glaube auch nur wenn du was machst oh ich könnte heiße milch machen wollen aber meine das wird schon sehr sehr wild mit den ganzen tieren hier also es wird jetzt langsam schon so dass es unübersichtlich wird für mich warum haben die hunger da steht der eines hungrig und überfressen wie geht das aber überfressen bin ich auch gleich den futternapf hier reingestellt naja ich habe mir nur so eine mozzarellakäse mal immer die kügelchen minis aber gab es nicht so fetten geschnitten diese packung muss ich mit der schere aufschneiden mit dem messer aufreißen so schön abgegossen über das spülbeck und dann kleiner geschnitten macht jetzt nicht salz schmeckt nach kommen also habe ich salz ist halt irgendwie doch cool das ist ein bisschen selten ja ich habe noch vom armbot nach hier unter kund noch gut wollen wir probieren ich habe noch andere sattel hergestellt auf jeden fall ich habe vom angriff gelernt wir haben ja demnächst ich baue hier ein bisschen aus ja du musst halt willst du das ding bauen ne fest und so ja ich baue mir aus das passiert nicht noch mal lol oh mein gott das ist ein deal mit dem man fliegen kann ja ja ich habe nicht gewusst da fliegen kann ich dachte da der tust nicht ich wollte mal springen aber da kann sogar hochfliegen wenn du mit den das ich dachte das richtige fliegen aber doch nicht es reicht so erhöht dann ist es fix aber nice auch vielleicht kann ich ihren ofen anheizen damit ok und das hier der bleibt oben wenn die ausdauer alles der geht nicht runter doch jetzt was ist das lowe pfeil aber die attacken wenn ich drauf drückt braucht immer so ein bisschen ja manche haben halt ewig braucht immer andere warte hier steuerung wieso ich bin in turnare schießen wenn er so komisch links rechts geht ja ich habe jetzt nur mal sattel gebaut ich wollte für alle sattel haben für den quiefen kann ich glaube ich nicht erst zu hoch ja diese haben als brauchen der ist halt wie so ein ähm wie heißen die gargolz oder so diese stein dinge sowas ist ja mhm 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 wie das heißt lc4 sattel ok wie fern sattel mit 36 ok das dauert dauert noch ein bisschen platinen gibt es auch dann oh mein gott rheinquartz und polymerplatte oh man carbonfasern steinkohle sogar großes pallbett gewehrmunition hochwertige metallrüstung mit 37 kühlschrank richtigen ok wird wird noch krass mit dem boah 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 wahnsinn sehr komplex noch du hast am schluss eine stationären raketenwerfer ja ihr habt gesehen ich kann jetzt schon oder gleich was hinstellen wo so eine so eine art stehende artillerie oder sowas so eine armbrust so man es braucht so bist du dann nicht mit nicht mobil die kommt doch ich nicht nur für eine seite oder oh gott jetzt kommt das fette fisch wieder an ha 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 Oh, na cool. Ausgehungert und überfressen. Ne, ich habe mich verarschen. Leicht verletzt, überfressen, ausgehungert. Hungrig. Dieser Paar ist kurz vor Burnout. Wie, was ist denn mit denen jetzt los? Ich habe das Essen dahinten geschickt. Die essen doch auch da, oder nicht? Ja, die gehen sogar hin und essen. Sind die dumm? Diese Hirsche verletzen dich dauernd. Gesundheit. Knochenbruch, depressiv. Ich nehme den, der hat nichts. Und der andere ist hungrig. Ja, dann isst doch. Wenn er hungrig ist, wird er ausgetauscht. Fertig. Gibt es nicht. Kartine geschlossen für den. Wenn er sich nicht bedient, dann geschlossen jetzt. Komm, neuer. Es gibt für jeden Ersatz. Fertig. Zack, nächster. Was hat der? Häuschen ein. Hungrig, gibt es nicht. Nächster. Also. Noch ein bisschen Relief hier weiten lassen. Wer ist das? Ist das komische Äffchen da? Was ich auch gar nicht rauszuholen wollte. Doch, drei Schleppen, zwei Holz und eine Hand. Okay. Mach mal den, der kann doch immer helfen. Oha. Der hat sogar Grafik. Oh, der ist gut. Der ist geil. Ist wie so ein neuer Mitspieler. Hol mal. Schau mal. Schau mal nach links. Naja. Mein Kumpel. Sauber. Äh. Muss mal schauen, was kann der Wolf von sich aus? Ich bin nur besorben. Na klar, der Schwein. Kommt die Bäume wieder schon, gell? Keine Ahnung. Nee, dann weg. Schmutz. Jetzt helfen sogar ganz viele hier auf einmal. Oh mein Gott, wie geil. Du musst dir alles zuflastern, oder ist nur die Mauer jetzt? Erst mal noch Mauer. Hi. Cool. Blumenbeet, Zement. Oh. Kann ich nicht. Warte. Kann ich hier noch, was haben wir noch neu? Aber da war halt sowas wie manche Bäter dafür umstellen müssen. Ja, Bäume ist nicht das Problem, da gibt es genug. Ja, außerdem haben wir eh das, die ewigen Baumfarm. Das ist eh krass. Das ist wie bei, wie bei Warcraft so immer. So so ein... Ich glaube es auch sowas wie eine Mien, wo du hingehst, manche waren unendlich und haben, jeder Reichsteller haben mehr oder weniger gehabt. Suchtfarr. Ja, das wollte ich mal bauen zum Test. Ich weiß, du willst deine Mauer hinbauen, ob ich das neu was? Das ist ja wegmachen. Das ist sogar hier besser. Vielleicht hier vielleicht. So näher ist es immer wild. Oh, dich mal draufsetzen und schauen. Okay. Können wir da drauf? Nötig Handwerk. Schießt ihr davon selbst oder was? Ja, ne. Da musst du ja schon einen dran stellen. Oh Mann. Aber kommt ihr dann dann genau dahin, wenn es gebraucht wird? Keine Ahnung. Da geht ihr dann weg. Okay, dann tun wir mal so ein Äschchen dahin. Muss denn da. Hier. Wenn ich erzähle nicht, ob das Aussehen aus Holz angesammelt habe, dann musste ich ihn in so einem Tal wegschmeißen. Das ist gesund und munter. Der hakt Holz. Ich gehe hin, drücke F. Nimm das scheiß Holz auf. Und dann läuft er währenddessen weg, weil ich das Holz runterschmeißen musste. Stehen. Ist er automatisch hingegangen? Ne. Da ist er. Der kann jetzt kein Päuschen einlegen. Ich gehe hin. Eigentlich nicht für die Aufgabe Kühlung. Stationäre Ambrus-Fee-Geschleuhe. Eigentlich nicht für die... Erfolgreich. Zu weit zur Stationäre Ambrus-Erfolgreich. Wir öffnen vier. Zurück in die Box. Füttern, streicheln, Details ansehen. Kann auch für viele andere eine bestimmte Zeit lang gehen. Das ist okay. Ändern. Fliegen. Bewegungstempo plus 10%. Wir öffnen. Zurück in die Box. ins Team holen, füttern, streicheln, streicheln. Okay. Ja, aber der ist jetzt... Was heißt der jetzt zurück in die Box? Ah, der geht wieder dahin. Ja, der verteidigt. Das geht. Das ist jetzt immer da. Das würde auch unser Ernst sein, was Todes. Wenn das kommt. Ja, vermutlich, ne? Hat jetzt nicht die Lebenserwartung der Bursche. Was hat jetzt hier jetzt wieder... Jetzt hat der Knochenbruch. Ich habe keine von mir diesen Hirsch. Die haben alle Verletzungen. Ich habe keinen mehr, der ganz ist. Was? Der eine hat Knochenbruch. Der eine ist depressiv, andere ist ausgehungert und überfressen. Und der andere ist... Der hat Magengeschwür. Was ist denn mit dieser Medizin jetzt hier? Einfach irgendwelche Medizinscheiße. Mal kurz testen. Hier ist natürlich nichts drin, glaube ich. Die haben andere. Schwache Medizin. Erkältung, Verstauchung. Ist das nur. Erkältung, Verstauchung. Da gab es doch schon mal so eine Spritze, die ich gesehen habe. Das geht da nicht. Jetzt noch mal sowas. Ich habe doch schon mal so eine Spritze gesehen. Habe ich die nicht irgendein? Doch hier, Medizin. Knochenbruch. Ja, testen wir das mal. Knochenbruch hat der sogar. Oh, der ist umgefallen, oder? Sogar. Dieser Paul ist schwer verletzt. Das Laufen fällt schwer. Okay, wie kann ich den jetzt direkt, wenn ich jetzt auf 4 gehe? Ich kann nur Befehl angreifen. Ich kann mit dem nicht direkt interagieren. Medizin. Hälfte nehmen, eines nehmen. Verbrauchsgegenstand. Der liegt halt einfach so da. Ah, okay. Guck mal einen aus meinem Team dahin. Chillet. Nehmen wir mal hier. Mal zum Essen. So, er ist jetzt im Team drin. Kann ich dann... Linke Maustaste, Hälfte nehmen, eins nehmen. Ah, doch, ich... Du klickst auf das Item rechte Maustaste drauf. Und du klickst... Es muss halt in deinem Team sein. Anscheinend. Linke Maustaste, und dann ist es so wie beim Essen. Knochenbruch. Klick. Ist wieder gesund. Okay. Passt, ist gesund wieder. Geil. Musst du mal neulich kümmern. Dann mach ich das mal mit den Kranken. Warte mal. Bin ja alle von denen kaputt. Auch mit dem Geschwüren, so schätze ich mal. Der ist ausgehungert und überfressen. Da weiß ich nicht genau, was da jetzt Sache ist. Der ist depressiv und der hat Knochenbruch. Den kann ich auch mit Knochenbruch heilen. Da Medizin, rechte Maustaste und drauf. Ist wieder gesund. Essen kriegt er auch. Gut, konnte ich helfen. Oh, nächster. Ja, was soll ich bei Depressivität machen? Erkältung, Verstauchungen. Das ist eine. Das andere ist Magenschwüre und Knochenbrüche. Ach, Magengeschwüre ist da auch dabei. Oh, geht doch weg. Depressiv weiß ich noch ein bisschen. Viel depressiv hier. Aber fühle ich erschöpft, depressiv. Depressiv, depressiv, depressiv. Depressiv, erschöpft. Depressiv. Ja. Ich will mich mal verpissen. Hungrig. Also hier überlacht sich das angeblich mit irgendwelchen anderen Objekten. Weiß ich nicht. Nervt mich. Krass. Ich suche Magengeschwür. Wir können ja auch welche herstechen von diesen ganzen Dinger noch. Wo sind sie denn jetzt? Ist doch da. Die Zone ist da zu Ende, oder? Nee, ich bin nicht davon bei dir. Hier, hier, da. Hier, hier. Auf die Beine kann ich nichts setzen. Hier wo das Loch ist, oder was? Anderes Lobiert. Ja. Ja, vielleicht wegen dem Loch. Nicht mit Bauwerk verbunden. Nicht mit Bauwerk verbunden. Ich sehe es doch, Mann. Kann ich an der Treppe keine Treppe setzen, oder? Aber ich... Achso, das geht nur das Loch. Daneben geht's ja. So, bleibt dann das Objekt. Okay, okay. Diese Station daneben, glaube ich, ist es nicht, oder? Nee. Du meinst, die Dinger sind pfiffig genug, dass die hier hochhüpfen würden? Ich... Hau gleich. Ich bin nur kurz noch diese... Die Gegner, oder was? Oder wie? Oder unsere... Ja. Nee, die laufen außen rum. Nee, nicht hier unten. Was hier? Achso. Wenn es solche ist wie wir, dann... Kann sein, dass wir da hochkommen, aber muss halt nicht. Dann würde ich hier einfach zugleistern. Keine Ahnung. Mal sehen, was da kommt. Es sind ja auch oft Tiere, die kommen. Nicht nur so Menschen, Menschen, Menschenviecher. Ja, ja, klar. Wer weiß, ob die da irgendwie springen, fliegen können oder so. Wenn Flugtiere kommen, ist immer eh gearscht. Aber da kann der mit seiner Arm bloß hochschießen. Mit so einer Art Flack. Glockenze, sogar ins Haus tun. Okay, ich wollte gerade schauen wegen der Medizin. Was ich noch herstellen kann. Mal so Medizintisch gebaut hier da. Erkältung, Verstauchung. Das ist Knochenbruch, Mangelschwör. Das ist Depress... Oh! Depression gibt Spritzen. Nennt sich starke Medizin. Ja, richtig. Richtig, richtig. Passt. Rein mit der Spritze. Ein Trank, der die Stimmung verbessert. Gibt's auch. Fühl ich auch. Ein Trank, der die Stimmung erhielt.